Warren Buffett von Alice Schröder Das Leben ist wie ein Schneeball Warren Buffett ist ein Name, der untrennbar mit großem Erfolg und intelligenten Investitionen verbunden ist. Als einer der bekanntesten und erfolgreichsten Investoren des 20. und 21. Jahrhunderts wurde er oft als das Orakel von Omaha bezeichnet. Doch wer steckt hinter diesem Titel und wie wurde Warren Buffett zu einem der größten Investoren aller Zeiten? In diesen Kernaussagen zum Buch wirst du auf eine faszinierende Reise durch das Leben von Warren Buffett mitgenommen. Du wirst erfahren, wie ein schüchterner Junge zu einem Finanzmogul wurde, wie seine ersten Investitionen aussahen und wie er seinen einzigartigen Investmentansatz entwickelte. Buffetts Geschichte ist nicht nur inspirierend, sondern auch lehrreich und bietet wertvolle Einblicke in die Welt des Investierens. Zusätzlich dazu wirst du erfahren, wie Buffett im Alter von elf Jahren sein erstes Investment tätigte, wie sein Ansatz des Schneeballensystems funktioniert und wie er von engen Freunden wie Kay Graham und Bill Gates geprägt wurde. Diese Geschichte zeigt, wie Buffett zu dem wurde, was er ist und bietet wichtige Lektionen für alle, die sich für das Geschäft des Lebens interessieren. Kernaussage 1 Der junge Warren Buffett fand Trost und Zuflucht in der Welt der Zahlen und Statistiken. Schon in jungen Jahren fand Warren Buffett Trost und Zuflucht in der Welt der Zahlen und Statistiken. Geboren am 30. August 1930, kurz nach dem schwarzen Freitag an der New Yorker Wall Street, der die Welt in die Wirtschaftskrise stürzte, schien sein Schicksal anders zu sein. Sein Vater Howard, ein angesehener Börsenmakler, bot der Familie zuverlässige Sicherheiten und Wertpapiere, was sie schnell von den Auswirkungen des Börsensturzes erholte und ihnen Wohlstand in den 1930er Jahren bescherte. Trotz des äußeren Wohlstands musste der junge Warren Herausforderungen bewältigen. Seine Mutter Layla war streng und cholerisch und ihre Wut entlud sich oft unbegründet an ihren Kindern. Obwohl ihre Launen hauptsächlich Warrens ältere Schwester Doris trafen, suchte er früh nach einem Ausweg. Diesen fand er in der Welt der Mathematik, wo er in Zahlen, Zusammenhängen und Wahrscheinlichkeiten Trost fand. Die Schule war für Warren nicht nur eine Bildungseinrichtung, sondern auch eine Flucht vor seiner Mutter. Dort konnte er mehr über seine geliebten Zahlen lernen. In den Sommerferien verbrachte er Zeit damit, Nummernschilder von vorbeifahrenden Autos zu notieren, vermeintlich um Buchstaben und Zahlenhäufigkeiten zu berechnen. Tatsächlich hatten die Jungen jedoch den Plan, der Polizei bei der Verbrechensbekämpfung zu helfen, da die Straße zwischen der örtlichen Bank und der Stadtgrenze der einzige Fluchtweg war. Warren nutzte auch die Gelegenheit, am Wochenende das Büro seines Vaters zu besuchen und Aktienkurse auf eine große Kreidetafel zu übertragen. Seine Leidenschaft für Zahlen wurde bemerkt und sein Großvater schenkte ihm zum achten Geburtstag ein Buch voller Baseballstatistiken. Dieses Buch liebte er und verbrachte endlose Stunden damit, jede Seite auswendig zu lernen. Eine weitere Leidenschaft entwickelte er dank eines Geschenks von seiner Tante Alice. Ein Buch über das komplexe Kartenspiel Bridge. Dieses Buch markierte den Beginn einer lebenslangen Besessenheit für Warren und so begab er sich, fern von seiner strengen Mutter, in die Obhut seiner zuverlässigsten Begleiter, der Zahlen. Kernaussage 2 Buffett begann bereits erstaunlich früh damit, Geld zu verdienen und zu investieren. Warren Buffett begann schon in erstaunlich jungen Jahren damit, Geld zu verdienen und zu investieren. Sein Interesse an Geld war mindestens genauso faszinierend wie seine Begeisterung für Zahlen. Bereits im Alter von neun Jahren verdiente er sein erstes Geld, indem er Kaugummis und Coca-Cola-Flaschen in seiner Nachbarschaft verkaufte. Ein Jahr später verkaufte er Erdnüsse bei Football-Partien an der University von Omaha. Seine Leidenschaft für Geld wurde zur Obsession, als er im Jahr 1940 in der Bibliothek ein Buch mit dem Titel 1.000 Möglichkeiten, 1.000 Dollar zu verdienen fand. Der 10-jährige Buffett war sofort begeistert und erzählte einem Freund, dass er es bis zu seinem 35. Lebensjahr zum Millionär bringen wolle. Buffett meinte es ernst. Im Alter von elf Jahren hatte er bereits rund 120 Dollar angespart, eine beträchtliche Summe im Jahr 1941. Er nutzte dieses Startkapital für seine erste Investition, den Kauf von sechs Vorzugsaktien des Unternehmens City Service, drei für sich selbst und drei für seine Schwester Doris. In der Highschool setzte er sein Talent für Einnahmequellen fort, indem er gebrauchte Golfbälle verkaufte und Flipperautomaten an Friseursalons vermietete. Doch sein wahres Potenzial zeigte sich, als er im Alter von zwölf Jahren in das Zeitungsgeschäft einstieg. 1942 zog seine Familie nach Washington, D.C., weil sein Vater zum republikanischen Kongressabgeordneten für Nebraskas zweiten Wahlbezirk gewählt wurde. Dort begann er als Zeitungsbote, Zeitungen auszuliefern und neue Abonnenten zu gewinnen. Eine seiner Routen führte entlang dreier Mehrfamilienhäuser, in denen zahlreiche US-Senatoren lebten. Warren erhielt eine Provision pro Abonnement und wurde ein hochmotivierter Zeitungsjunge und Geldverdiener. Diese Motivation führte dazu, dass er bald erstaunliche 175 Dollar pro Monat verdiente. Mehr als die meisten seiner Lehrer in der Schule. Ein Jahr später hatte er bereits 1000 Dollar angespart. Im Jahr 1944, im stolzen Alter von 14 Jahren, reichte Warren Buffett seine erste Steuererklärung ein. Er deklarierte seine Armbanduhr und sein Fahrrad als Ausgaben und zahlte am Ende ganze 7 Dollar Steuern. Kernaussage 3 Nach dem BWL-Studium wurde Buffett in die Erfolgsgeheimnisse des Aktienhandels eingeweiht. Nach dem Abschluss an der Highschool wurde Warren Buffett von seinen Mitschülern im Jahrbuch als zukünftiger Börsenmakler bezeichnet, angesichts seiner ungebremsten Leidenschaft für Geld und Zahlen. Kein Wunder also, dass er sich nach seinem Schulabschluss für ein Studium im Bereich Rechnungswesen an der University of Nebraska einschrieb. Buffett verließ sein Elternhaus und zog in ein Studentenwohnheim auf dem Campus. Dort stellte sich heraus, dass er ein überaus unordentlicher Mitbewohner war, was seinen ersten Mitbewohner schließlich zur Flucht veranlasste. Doch vielleicht noch frustrierender war es für seinen Mitbewohner zu sehen, wie Buffett mühelos ganze Abschnitte der Lehrbücher auswendig lernen und sie in den Seminaren rezipieren konnte, während andere hart für ihre Noten arbeiteten. Während seine Kommilitonen büffelten, widmete sich Buffett seiner Musik und setzte seine Unordnung fort. Obwohl ihm das Studium leicht fiel, wurde er überraschenderweise von der Harvard Business School abgelehnt, als er sich dort um einen Doktorandenplatz bewarb. Doch diese Absage sollte sich später als glücklicher Umstand erweisen. Buffett entschied sich stattdessen für die Columbia University in New York, wo er unter Benjamin Graham, dem Pionier der fundamentalen Wertpapieranalyse, studierte. Graham hatte bereits 1949 das Buch Intelligent Investieren veröffentlicht, das heute als Investmentbibel gilt, und nahm Buffett unter seine Fittiche. Buffett hatte Grahams Werk bereits zuvor geschätzt und vergaß Harvard sofort, als er von Grahams Professur an der Columbia University erfuhr. Ein weiteres prägendes Erlebnis war das Seminar von David Dodd, dem Co-Autor des Standardwerks »Die Geheimnisse der Wertpapieranalyse«, das auch von Buffett auswendig gekannt wurde. Sowohl Graham als auch Dodd wurden zu Buffetts Mentoren und lehrten ihm wertvolle Lektionen in Finanzanalyse und fundamentalen Investmentstrategien. Buffett erkannte die Bedeutung der gründlichen Analyse aller Aspekte eines Unternehmens, um seinen inneren Wert zu bestimmen. Die Summe, die seinem wahren Wert entspricht. Dieser innere Wert wurde dann mit dem Marktwert verglichen, zu dem die Aktien des Unternehmens an der Börse gehandelt wurden. Wenn der innere Wert eines Unternehmens erheblich über dem Marktwert lag, bezeichnete Graham es als »Zigarrenstummel«, ein unterbewertetes Unternehmen und daher ein lohnenswertes Investitionsziel. Grahams Erfolg als Wertpapieranalyst beruhte größtenteils auf der Überzeugung, dass solche unterbewerteten Unternehmen eines Tages ihren wahren Wert erreichen würden. Kernaussage 4 In seinen frühen Zwanzigern gründete Buffett eine Familie und seine eigene Investmentfirma. Der Umgang mit Frauen fiel ihm während seines gesamten Studiums schwer, da er äußerst schüchtern war. Um Selbstvertrauen zu gewinnen und sich weniger unbeholfen zu fühlen, entschied er sich sogar für einen Kurs in öffentlichem Sprechen. Während dieses Kurses traf er eine junge Dame, die sein Interesse weckte, Susie Thompson. Obwohl er bei ihrem Vater sofort Eindruck schinden konnte, dauerte es eine Weile, bis Buffett Susie für seinen unbeholfenen Charme gewinnen konnte. Buffett war anfangs dünnhäutig und wirkte oft arrogant und übermütig, da er sich bemühte, andere zu beeindrucken. Doch Susie erkannte, dass seine Prahlerei nur ein Schutzmechanismus war, um seine tiefe Schüchternheit zu verbergen. Sie verliebte sich schließlich in seine authentische Verletzlichkeit. Die beiden heirateten 1952 und während Buffett sein Geld damit verdiente, Vorlesungen an der University of Nebraska zu halten und in der Investmentfirma seines Vaters zu arbeiten, wurde 1953 ihr erstes Kind, Susie Alice Buffett, geboren. Im selben Jahr erhielt Warren Buffett das Angebot, von dem er jahrelang geträumt hatte. Eine Anstellung als Wertpapieranalyst bei Graham Newman, dem Brokerunternehmen seines ehemaligen Professors und Mentors Benjamin Graham. Buffett avancierte schnell zum Shootingstar der Firma, obwohl er innerlich mit dem Druck zu kämpfen hatte, das Geld anderer Menschen mit falschen Investitionen zu gefährden. Aus diesem Grund begann er, Pläne für sein eigenes Geschäft zu schmieden. Die Verwirklichung dieser Pläne erfolgte nach der Geburt seines zweiten Kindes, Howie Graham Buffett. So wurde Warren Buffett am 1. Mai 1956 zusammen mit sechs Partnern Gründer von Buffett Associates LLTD. Die Idee hinter dieser Personengesellschaft war es, ausschließlich mit dem Geld von Freunden und Verwandten zu arbeiten und es nach strengen Regeln bei jeder Transaktion zu investieren. Dadurch konnten realistische Erwartungen geschaffen und Enttäuschungen vermieden werden. Buffetts Geschäft erhielt einen kräftigen Schub durch die Unterstützung seines Mentors und ehemaligen Chefs Benjamin Graham. Nach seinem Ausscheiden aus Grahams Unternehmen hatte dieser beschlossen, sich zur Ruhe zu setzen und seine Firma zu schließen. Er empfahl seinen Klienten, ihr Kapital fortan unter Buffetts Leitung zu investieren. Kernaussage 5 Buffett hielt sich in seiner ersten Firma an eine strenge, aber erfolgreiche Philosophie. Nach der Gründung seiner Personengesellschaft im Mai 1956, bei der Buffett selbst symbolische 100 Dollar beisteuerte, begann er rasch, zusätzliche Partnerschaften einzugehen. Im September desselben Jahres gründete er eine zweite Personengesellschaft mit einem ehemaligen Kunden von Graham, was den Investmentpool um weitere 120.000 Dollar erweiterte. Im Oktober 1956 initiierte ein ehemaliger Mitarbeiter seines Vaters eine dritte Partnerschaft. So wurde Buffett schließlich für mehr als eine halbe Million Dollar verantwortlich, wenn man sein eigenes Kapital hinzuzählt. Buffett legte großen Wert darauf, dass jeder neue Partner seine Philosophie verstand. Er würde ausschließlich in unterbewertete Aktien investieren und sämtliche Gewinne in diese Anteile reinvestieren, um das Kapital wie einen rollenden Schneeball sukzessive wachsen zu lassen. Zudem erklärte er seinen Partnern, dass er nicht sofort auszahlen würde, wenn eine Aktie einen bestimmten Schwellenwert erreichte. Er setzte auf Geduld und langfristige Anlagestrategien. Diese Beharrlichkeit zahlte sich aus. Bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 1956 hatte seine Gesellschaft den Markt um 4% übertroffen. Bis Ende 1957 stieg die jährliche Rendite bereits um 10% über den Markt und bis Ende 1960 betrug der Vorsprung beeindruckende 29%. Der Schneeball war definitiv ins Rollen gekommen. In den frühen 1960er Jahren verwaltete Buffett bereits über eine Million Dollar. Obwohl der US-Aktienmarkt zu dieser Zeit im Aufschwung war, blieb Buffett seiner Linie treu und setzte auf langfristige Renditen statt auf kurzfristige Gewinne und riskante Geschäfte. Er suchte weiterhin nach unterbewerteten Unternehmen und kaufte so viele Anteile wie möglich, sicherte sich oft einen Sitz im Aufsichtsrat, um die Verwendung der Investorengelder zu überwachen. Bemerkenswert war, dass Buffett trotz der Verwaltung von Millionen von Dollar immer noch seine eigene Buchhaltung erledigte. Erst im Jahr 1962 brachte er alle seine Partnerschaften in eine einzige Rechtsform ein, den Investmentpool Buffett Partnership Lilted. Buffetts Erfolg jenseits von Omaha an der Wall Street wurde zunehmend beachtet. Er erhielt Anerkennung als einer der wenigen großen Akteure am Markt, die nicht direkt in New York arbeiteten. Andere etablierte Broker waren jedoch skeptisch, ob er sich langfristig am Markt behaupten konnte. Kernaussage 6 Mitte der 1960er Jahre hatte Buffetts Firma genügend Kapital, um ganze Unternehmen aufzukaufen. Mitte der 1960er Jahre hatte Warren Buffetts Firma genügend Kapital angesammelt, um ganze Unternehmen zu erwerben. Eine Person, die Buffetts Talent frühzeitig erkannte, war der kalifornische Anwalt und Teilzeitinvestor Charlie Munger. Die beiden trafen sich 1959 bei einem ausgiebigen Mittagessen und entwickelten eine enge Freundschaft, die später zu einer äußerst erfolgreichen Geschäftspartnerschaft wurde. Munger erweiterte Buffetts Perspektive und prophezeite, dass Buffett auch außerhalb der Welt der Zigarrenstummel-Aktien erfolgreich und langfristig investieren könne. Diese Vorhersage bewahrheitete sich, als Buffett zum richtigen Zeitpunkt in großem Umfang in ein bestimmtes Unternehmen investierte. Am 22. November 1963 wurde Präsident John F. Kennedy in Dallas ermordet, aber Buffett war damit beschäftigt, Marktforschung zu betreiben. Dabei stieß er auf eine Geschichte, die von den Nachrichten über die Kennedy-Ermordung in den Hintergrund gedrängt worden war, den Soja-Öl-Skandal von American Express. Ein Tochterunternehmen von American Express hatte jahrelang falsche Angaben über die eingelagerten Mengen an Sojaöl gemacht und auch die von American Express entsandten Prüfer getäuscht. American Express bestätigte diese falschen Angaben und verkaufte oder verpfändete die Scheine als Sicherheiten für immer größere Darlehen. Schließlich stellte sich heraus, dass die Tanks nur mit Meerwasser gefüllt waren. American Express wurde von zahlreichen Investoren auf Schadensersatz verklagt und die Aktienkurse stürzten ab. Buffett jedoch war überzeugt, dass sich das Unternehmen erholen würde. Im Januar 1964 begann er daher, Geld in die Aktien von American Express zu investieren, als ihr Wert stark gesunken war. Zuerst investierte er 3 Millionen Dollar und bis 1966 insgesamt weitere 10 Millionen Dollar. Die Vorhersage bewährte sich. American Express erholte sich und brachte Buffetts Gesellschaft beträchtliche Gewinne ein. Mit diesem Kapital begann Buffett schließlich, ganze Unternehmen zu übernehmen. Eine seiner ersten Übernahmen war ein Geschäft, das ihn sein Leben lang begleiten würde. Der kleine Textilhersteller Berkshire Hathaway in Massachusetts. Buffett analysierte, dass der innere Wert des Unternehmens bei 22 Millionen Dollar lag, was einem Preis von 19,40 Dollar pro Aktie entspricht. Dennoch wurden die Aktien für nur 7,50 Dollar gehandelt. 1965 erwarb Buffett nach intensiven Verhandlungen die Mehrheitsbeteiligung an Berkshire Hathaway, indem er 49 Prozent der Anteile zu rund 11 Dollar pro Aktie kaufte. In diesem Jahr verdienten Warren und Susie zusätzliche Einnahmen in Höhe von 2,5 Millionen Dollar. Damit hatte er sein Ziel, bis zum Alter von 35 Jahren Millionär zu werden, mehr als erreicht. Kernaussage 7 Größere Transaktionen führten zu größeren Problemen und neuen Regeln. Bis heute wird der Name Berkshire Hathaway oft in Verbindung mit Warren Buffett genannt. Dennoch brachte die Übernahme des Unternehmens in den Jahren danach so viele Probleme mit sich, dass Buffett seine Entscheidung bald bereute. Hier zeigt sich ein weiteres charakteristisches Merkmal von Buffett. Er ist nicht jemand, der sich schnell von Verlustgeschäften trennt. Diese Einstellung wurzelt in einer Erfahrung, die lange vor Berkshire Hathaway gemacht wurde. Im Jahr 1958 hatte Buffett die Mehrheit der Anteile an einem Unternehmen namens Dempster Mill Manufacturing in Nebraska erworben, das Windmühlen und Bewässerungssysteme herstellte. Doch kurz nach dem Kauf ging es bergab, da Buffett die falsche Geschäftsführung ausgewählt hatte. Die Firma ging in den Konkurs, Buffett verlor Geld und es kam zu Arbeitsplatzverlusten und öffentlichen Protesten gegen ihn. Buffett entschied damals, dass er solch einen Fehler nicht noch einmal machen wollte. Daher war es ihm wichtig, sicherzustellen, dass Berkshire Hathaway unter der richtigen Führung nachhaltig erfolgreich sein würde. Dies erwies sich jedoch als schwierig. Die Produktionskosten in der Textilbranche stiegen stetig an und die Maschinen in der Fabrik benötigten dringend Modernisierungen. Buffett war jedoch sehr zurückhaltend, wenn es darum ging, Geld auszugeben, und er wollte kein weiteres Kapital in ein Unternehmen stecken, das keine Aussicht auf rentable Renditen bot. Trotz dieser Herausforderungen blieb Berkshire Hathaway als Textilhersteller eine Bürde für Buffetts Investmentfirma. Dennoch hielt Buffett das Unternehmen am Leben, indem er in seinem Namen kontinuierlich profitable Aktien kaufte. Dadurch entwickelte sich Berkshire Hathaway zu einem der weltweit besten Aktienportfolios. Abgesehen von den Problemen bei Berkshire Hathaway lief es für Buffett insgesamt sehr gut. Die Geschäfte seiner Investmentgesellschaft waren äußerst erfolgreich, was ihn dazu veranlasste, keine weiteren Partner aufzunehmen und die Anlagekriterien zu verschärfen. Ende der 1960er Jahre begann die Technologiebranche zu boomen und dies veranlasste Buffett zu einem neuen Grundsatz. Er würde nur in Unternehmen investieren, deren Produkte oder Dienstleistungen er verstand. Außerdem wollte er Geschäfte mit Unternehmen vermeiden, die menschliche Probleme hatten, wie ausstehende Entlassungen, Werksschließungen oder Konflikte zwischen der Geschäftsführung und Gewerkschaften. Kernaussage 8 Mit dem Ende des Investmentpools widmeten sich Warren und Susie Buffett jeweils ihren persönlichen Anliegen. Trotz seines beträchtlichen Einkommens änderte sich Buffetts allgemein bekanntes mangelndes Interesse an Mode nicht. Er war ein Multimillionär, der sich dennoch schlecht kleidete. Dies lag jedoch nicht daran, dass er sich für sein äußeres Erscheinungsbild interessierte, sondern vielmehr daran, dass er sich mehr für die Menschen hinter seinen Geschäftsbeziehungen interessierte. Buffett hatte gelernt, dass die Qualität eines Unternehmens eng mit seinen Führungskräften verbunden war. Daher achtete er bei jeder seiner Investitionen darauf, dass die Unternehmen von integeren und zuverlässigen Personen geführt wurden. Dieses Prinzip war auch einer der Hauptgründe für Buffetts Entscheidung, das Warenhaus Hochschild Kohn in Baltimore und die Einzelhandelskette Associated Cotton Shops zu übernehmen. Er kaufte, weil er von den Menschen hinter den Kulissen überzeugt war. Im Laufe der Zeit entwickelte er die Angewohnheit, persönliche Beziehungen zu den Geschäftsführungen aufzubauen. Er wollte sicherstellen, dass er sich auf ihren Enthusiasmus und ihre Loyalität verlassen konnte. Ein gutes Beispiel dafür ist seine Überlegung, die Versicherung National Indemnity in seiner Heimatstadt Omaha zu kaufen. Er entschied sich erst endgültig für die Investition, nachdem er den Gründer Jack Ringwald kennengelernt und seine geschäftliche Kompetenz geschätzt hatte. All diese Beteiligungen erwiesen sich als kluge Entscheidungen. Zum Ende des Geschäftsjahres 1966 hatte sein Investmentpool die Marktrendite um erstaunliche 36 Prozent übertroffen. Buffett betrachtete seine Geschäftspartner als eine erweiterte Familie, von seinen Partnern in der Investmentgesellschaft bis zu den Geschäftsführern der Unternehmen, in die er investierte. Das war einer der Gründe, warum er seinen Partnern anbot, ihre Anteile zu übernehmen, als der Aufschwung an den Aktienmärkten ab 1969 vorübergehend endete und er den Investmentpool auflöste. Darüber hinaus traf er diese Entscheidung, damit er und Susi mehr Zeit für ihre persönlichen Projekte hatten. Susi hoffte immer noch, dass ihr Mann sich vielleicht frühzeitig zur Ruhe setzen und mehr Zeit mit der Familie verbringen würde, da die Kinder schnell heranwuchsen und bisher nur wenig Präsenz ihres Vaters erlebten. Aber auch Susi war aktiv. Sie versuchte sich als Sängerin und engagierte sich in den Bürgerrechts- und Friedensbewegungen der späten 1960er Jahre. Selbst der politisch uninteressierte Warren konnte sich nicht der politischen Stimmung entziehen. 1967 wurde er Schatzmeister im Wahlbüro für die Kampagne des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Eugene McCarthy in Nebraska. Die plötzliche Politisierung hing auch mit dem Tod von Warrens Vater zusammen, der bis zuletzt ein überzeugter Republikaner war. Nun konnte sich Buffett zu seinen politischen Überzeugungen bekennen, ohne ein Zerwürfnis mit seinem Vater zu riskieren. In den frühen 1970er Jahren erfüllte sich Warren Buffetts Kindheitstraum und stieg in die Zeitungsbranche ein. Während seiner Zeit als Zeitungsjunge in Washington hatte Warren Buffett oft davon geträumt, eines Tages selbst Eigentümer einer Tageszeitung zu werden. Im Jahr 1979, nachdem er Gewinne in Höhe von 16 Millionen Dollar eingefahren hatte, hatte er schließlich die Mittel, diesen Traum zu verwirklichen. Im selben Jahr erwarb Buffett die Mehrheitsbeteiligung an der Omaha Sun. Diese Investition ermöglichte ihm nicht nur seinen Kindheitstraum zu erfüllen, sondern brachte ihm auch eine international bedeutende Auszeichnung ein. Im Jahr 1972 veröffentlichte die Omaha Sun eine investigative Reportage über Boys Town, eine Einrichtung für obdachlose Jugendliche in Omaha. Die Recherche ergab, dass Boys Town ein riesiges Grundstück besaß und 600 Angestellte sich um nur 665 Jugendliche kümmerten. Buffett unterstützte den Herausgeber der Sun dabei, eine umfassende Recherche zu finanzieren. Die Enthüllungen, die daraufhin ans Licht kamen, waren schockierend. Boys Town hatte jahrelang Spenden in Millionenhöhe veruntreut. Der Artikel mit dem Titel »Boys Town – America's Wealthiest City« wurde am 30. März 1972 veröffentlicht und brachte der Zeitung von Buffett den Pulitzer-Preis für lokalen, investigativen Journalismus ein. Diese Reportage erhielt nationale Aufmerksamkeit und führte zu umfassenden Reformen in der Rechenschaftspflicht gemeinnütziger Organisationen. Mit diesem Erfolg im Rücken richtete Buffett nun seinen Blick auf eine nationale Zeitung, die Washington Post. Bis zum Spätsommer 1973 erwarb er über 5% der Anteile an diesem angesehenen Blatt und entwickelte außerdem eine enge Beziehung zur Herausgeberin Kay Graham. Im Jahr darauf wurde er Mitglied des Verwaltungsrats der Washington Post und nahm an deren opulenten Dinner-Partys teil. So versuchte Buffett, sich unter die illustren Gäste zu mischen, ohne sich vor hochrangigen Senatoren und weltweit respektierten Persönlichkeiten zu blamieren. Kernaussage 10 Buffetts Geschäftstüchtigkeit führte zu einer belastenden Prüfung durch die US-Börsenaufsicht. Warren Buffetts Investition in Blue Chip Stamps, eine Firma, die Rabattmarken verteilte, erwies sich als Problemfall. In den frühen 1970er Jahren geriet das Geschäftsmodell von Blue Chip Stamps aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen und der Emanzipationsbewegung in Schwierigkeiten. Die Rabattmarken wurden als Symbol für weibliche Unterdrückung angesehen und das Unternehmen verlor dramatisch an Wert. Charlie Munger, Buffetts Geschäftspartner, hatte die Mehrheit der Anteile bei Blue Chip Stamps erworben und half dem Unternehmen durch den Kauf gewinnbringender Aktien, ähnlich wie Buffett es zuvor mit Berkshire Hathaway getan hatte. Um Blue Chip Stamps zu unterstützen, kaufte Munger auch Anteile an einer unterbewerteten Bauspar- und Versicherungsfirma namens Vesco. Dies führte zu Komplikationen, da auch die Kapitalgesellschaft Santa Barbara Financial Company Interesse an einer Fusion mit Vesco zeigte. Buffett und Munger sahen die Dinge anders als die Wall-Street-Analysten und glaubten, dass die SBFC zu wenig für die Vesco-Aktien bot. Buffett überzeugte schließlich die letzte lebende Angehörige der Gründerfamilie von Vesco, die Fusion abzusagen. Dies führte jedoch dazu, dass die Vesco-Aktien stark an Wert verloren. Um die Sache zu bereinigen, boten Buffett und Munger an, die Mehrheitsbeteiligung an Vesco für 17 Dollar pro Aktie zu kaufen, was über dem Marktpreis lag. Dies zog die Aufmerksamkeit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC auf sich, die behauptete, Buffett und Munger hätten Vesco über Wert bezahlt, um die geplante Fusion mit der SBFC zu sabotieren. Im Jahr 1974 begann die SEC eine Untersuchung gegen Buffett und Munger, bei der erstmals das komplexe Netzwerk von über 30 Unternehmen, Gesellschaften und Tochterfirmen, in das Buffett und Munger investiert hatten, offengelegt wurde. Obwohl Buffett und Munger keine schuldhaften Handlungen begangen hatten, belastete die Untersuchung Buffetts Gemüt erheblich. Letztendlich endete die Untersuchung mit einer Warnung und weder Buffett noch Munger wurden namentlich genannt. Kernaussage 11 Buffett hatte auch mit Eheproblemen und einem Rechtsstreit zwischen zwei Zeitungen zu kämpfen. Warren Buffetts Beziehung zu Kay Graham, der Herausgeberin der Washington Post, wurde im Laufe der Jahre enger, was anfangs bei Buffetts Frau Susie für Verärgerung sorgte. Doch später nahm Susie die Beziehung gelassen hin, insbesondere nachdem sie selbst eine Affäre mit ihrem Tennislehrer hatte. Sie schrieb sogar einen Brief an Kay, in dem sie dieser grünes Licht für eine Beziehung mit Buffett gab. Im Jahr 1977, als alle ihre Kinder aus dem Haus waren, entschied Susie, dass sie nicht mehr mit Warren zusammenleben wollte. Sie trennte sich zwar nicht offiziell, zog aber nach San Francisco, um sich ihrer Gesangskarriere und ihrem politischen Engagement zu widmen. Diese Entscheidung hatte mehrere Gründe, darunter Buffetts Unreife und Vernachlässigung der Familie wegen seiner Arbeit. Buffett und Susie liebten sich trotz der Trennung immer noch. Um sich um ihn zu kümmern, engagierte Susie eine junge Frau namens Astrid, die für Warren kochte und sich um ihn kümmerte. Buffett war am Boden zerstört, aber er akzeptierte schließlich, dass Susie ihr eigenes Leben führen wollte. Astrid wurde zu Buffetts Begleiterin und zog schließlich in sein Haus, was seine Familie überraschte. Während dieser turbulenten Zeit wurde Buffett auch in einen langwierigen Rechtsstreit verwickelt. Zusammen mit Charlie Munger hatte er in die Buffalo Evening News investiert und plante die Einführung einer kostenlosen Sonntagsausgabe, gefolgt von einem reduzierten Abonnementpreis. Ihr Stadtrivale, der Courier Express, verklagte sie und behauptete, das Modell sei unlautere Geschäftspraxis. Buffett war überrascht, als der Richter der Klage stattgab und entschied, dass kostenlose Zeitungen unrechtmäßig seien und Abonnements wöchentlich erneuert werden müssten. Buffett legte Widerspruch ein und gewann schließlich 1981 den Rechtsstreit. Aber bis dahin hatte das Blatt bereits Millionen von Dollar verloren. Kernaussage 12 Seine freundschaftlichen Bande zu Salomon Brothers stellten ihn besonders schwer auf die Probe. Warren Buffett wird heute oft mit GEICO in Verbindung gebracht, einem Kfz-Versicherungsunternehmen, das er bereits während seines Studiums bemerkt hatte. Die Aktien von GEICO waren sogar einige der ersten Wertpapiere, die er während seiner kurzen Anstellung in der Investmentfirma seines Vaters, den Anlegern, empfohlen hatte. Buffett wurde aktiv, als GEICO in den 1970er Jahren in Schwierigkeiten geriet und trat 1976 dem Vorstand des Versicherers bei, um das Unternehmen vor dem drohenden Bankrott zu retten. Für die Rettung von GEICO benötigte Buffett frisches Kapital und er wandte sich an seinen Freund John Gutfreund, der damals für die Investmentbank Salomon Brothers an der Wall Street arbeitete. Gutfreund half ihm dabei, die notwendigen Mittel zu beschaffen. Buffett war Gutfreund für diese Unterstützung dankbar und versuchte später, sich zu revanchieren, als Salomon Brothers in eine Krise geriet. In den frühen 1980er Jahren verschärfte sich das Klima an der Wall Street und Salomon Brothers geriet in Schwierigkeiten. Buffett willigte ein, dem Vorstand von Salomon Brothers beizutreten, um dem Unternehmen zu helfen. Die Hoffnung von Salomon Brothers war, dass Buffetts Reputation für solide und verlässliche Geschäfte das Vertrauen der Märkte wiederherstellen würde und das Unternehmen vor feindlichen Übernahmen schützen könnte. Allerdings geriet Buffett unerwartet in einen Skandal bei Salomon Brothers, als im Jahr 1991 ein Mitarbeiter namens Paul Moza, der die Abteilung für Staatsanleihen leitete, in illegale Aktivitäten verwickelt wurde. Moza hatte wiederholt die von der US-Finanzministerium vorgeschriebenen Gesetze zur Gebotsabgabe für Staatsanleihen missachtet und die Geschäftsführung unter Gutfreund hatte davon gewusst, ohne zu handeln. Buffett wurde vorübergehend zum CEO von Salomon Brothers berufen und leitete eine Neubesetzung des Managements sowie dringend benötigte Reformen ein. Seine Kontakte halfen auch dabei, zu verhindern, dass das Finanzministerium Salomon Brothers von der Börse ausschloss. Kernaussage 13 Buffett ließ trotz der Freundschaft zu Bill Gates erfolgreich die Finger von Tech-Aktien. In den 1990er Jahren erlitt das bis dahin tadellose Anleger-Image von Warren Buffett einen Rückschlag, da er sich konsequent weigerte, in die aufstrebenden Technologieaktien zu investieren, die während des Dotcom-Booms an der Nasdaq-Börse gehandelt wurden. Diese Entscheidung führte dazu, dass er von einigen als veraltet und rückständig angesehen wurde. Trotz der Kritik und des Booms im Technologiesektor blieb Buffett bei seiner Strategie und ließ sich nicht von den neuen Trends beeinflussen. Er vertraute weiterhin auf traditionelle Geschäftsmodelle und vermied Tech-Aktien. Obwohl er in den 1990er Jahren als technologisch überholt angesehen wurde, konnte Buffett sein Vermögen erheblich steigern. Zwischen 1978 und 1991 wuchs sein Nettovermögen von 89 Millionen auf 3,8 Milliarden Dollar und der Wert von Berkshire Hathaway-Aktien stieg von 1986 bis 1991 auf über 8.000 Dollar pro Aktie. Buffett vertrat die Überzeugung, dass Technologieaktien langfristig Verluste einbringen würden. Seine eigene Erfolgsgeschichte zeigte, dass man auch ohne Investitionen in den Nasdaq zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Investoren der Welt gehören konnte. Obwohl Buffett normalerweise keine Technologieaktien kaufte, machte er eine Ausnahme, als er 1991 eine kleine Beteiligung an Microsoft erwarb. Dies geschah im Zusammenhang mit seiner engen Freundschaft zu Bill Gates, dem Mitbegründer von Microsoft. Buffett und Gates trafen sich erstmals bei einer Veranstaltung zum US-amerikanischen Unabhängigkeitstag im Jahr 1991 und entwickelten schnell eine enge Freundschaft. Dies führte dazu, dass Buffett 100 Aktien von Microsoft kaufte. Trotzdem blieb seine Haltung gegenüber Technologieaktien im Allgemeinen unverändert. Die Freundschaft zwischen Buffett und Gates vertiefte sich im Laufe der Jahre und sie verbrachten viel Zeit miteinander, auch beim Bridge-Spielen. Trotz eines engen Wettbewerbs um den Titel des reichsten Menschen der Welt in den 1990er und 2000er Jahren war es vor allem ihre Freundschaft, die Buffett half, seinen Platz in der Welt zu finden. Eine wichtige Erfahrung für Buffett war eine Geschäftsreise nach China mit Gates, bei der er erkannte, wie privilegiert er war, in den USA geboren zu sein. Diese Erkenntnis verstärkte seine bescheidene und dankbare Haltung gegenüber seinem Leben und seinen Möglichkeiten. Die Vorhersagen von Warren Buffett über die begrenzte Lebensdauer von Internetunternehmen und Technologieaktien bewahrten sich in den frühen 2000er Jahren. Die Kritiker, die ihn zuvor als veraltet abgetan hatten, sahen in ihm nun einen Propheten. Trotz dieser Genugtuung durchlebte Buffett schwierige Zeiten in den 2000er Jahren. Im Jahr 2001 verlor er seine langjährige Freundin und Weggefährtin Kay Graham, was ihn tief traurig machte, da ihre Geschäftsbeziehung im Laufe von 30 Jahren zu einer engen Freundschaft gewachsen war. Nur zwei Monate später ereigneten sich die Terroranschläge am 11. September 2001, die die Welt erschütterten. Diese traumatischen Erfahrungen veranlassten Buffett dazu, seine Anlagestrategie zu überdenken. Er begann verstärkt in Unternehmen zu investieren, die Stabilität und Nachhaltigkeit verkörperten, wie Fruit of the Loom, Hersteller von Landwirtschaftsgeräten und Kinderkleidungshersteller. Doch noch größere Herausforderungen sollten kommen. Im Jahr 2003 wurde bei seiner Frau Susi Mundkrebs im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert. Trotz ihrer unterschiedlichen Lebenswege hatten Warren und Susi eine enge Bindung zueinander bewahrt. Buffett beschloss, sie auf ihrem letzten Weg zu begleiten. In dieser Zeit der Krise erlebte er selbst schwierige Momente, aber er erkannte die Bedeutung, sich um sie zu kümmern. Susi verstarb 2004 und Buffett war zutiefst erschüttert. In seiner Trauer verbrachte er Tage im Bett und zog sich von der Außenwelt zurück. Als er schließlich wieder ins Leben fand, hatte er einen neuen Zugang zu seinen eigenen Gefühlen gefunden und verspürte ein starkes Bedürfnis, mehr Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Er kam zu dem Schluss, dass das Geheimnis eines glücklichen Lebens darin bestehe, von so vielen geliebten Menschen wie möglich geliebt zu werden. Zusammenfassung zum Buch Warren Buffett von Alice Schröder Die gesamte Kernaussage dieser Zusammenfassung ist, dass Warren Buffett sein gesamtes Leben lang eine klare Investmentstrategie verfolgt hat. Sein Ziel war es, seinen Schneeball aus Kapital stetig zu vergrößern. Um dies zu erreichen, investierte er kontinuierlich und reinvestierte seine Gewinne in renditestarke Aktien. Buffetts Investmentmethode war einfach, aber gründlich. Er bewertete den inneren Wert von Unternehmen durch eine sorgfältige Analyse und kaufte Aktien von Unternehmen, deren Marktwert unter ihrem inneren Wert lag. Zudem legte er großen Wert auf persönliche Beziehungen zu den Menschen hinter den Unternehmen. Eine konkrete Umsetzung aus diesen Kernaussagen ist die Philosophie der 20 Löcher. Diese analoge Metapher stellt dar, dass du dir vorstellst, eine Karte mit 20 Löchern zu haben und jede Investition, die du tätigst, sticht ein Loch auf dieser Karte aus. Dies zwingt dich dazu, sorgfältig zu überlegen, wo du dein Kapital investierst und sicherzustellen, dass es in Rendite starke Möglichkeiten fließt. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer neuen Buchzusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!